Was machst du? Ich mache Schule, mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg. Nice, gut, dass du das machst. Darf ich einen Applaus machen? Soweit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber... Und arbeite nebenbei noch in der Altenpflege. Ah, super, komm, dafür gibst du einen Applaus. Das fand ich echt gut. Das fand ich echt gut. Was machst du? Ich bin arbeitslos. Hey, ganz kurz, ganz kurz. Ich will einfach mal klarstellen, das ist Berlin einfach. Das ist einfach Berlin. Sie sagt Abitur, sie sagt, könnt ihr mal bitte klatschen? Ihr klatscht. Sie sagt Altenpflege, ich sag, könnt ihr mal bitte klatschen? Ihr klatscht. Sie sagt arbeitslos, ihr flippt von allein aus. Keine Diskussion, da rasten wir aus, Alter. Das lieben wir in Berlin auf jeden Fall. Ich war in Mexiko. Was hast du in Mexiko gemacht? Ja, gefeiert. Gefeiert, ah, dein arbeitsloses Leben genossen, ha? Si, senorita.